Hallo, ich bin Maximilian Weinzierl und am liebsten halte ich mich draußen in der freien Natur auf. Und ich fotografiere gerne. Hier in meiner bayerischen Heimat alles, was da kreucht und fleucht. Aber auch in exotischen Gefilden. Es ist meine Leidenschaft, die Wunder dieser Welt im Bild festzuhalten. Heutzutage ist die Kameratechnik so weit fortgeschritten, es gibt so großartige Objektive, dass jeder technisch perfekte Fotos aufnehmen kann. Und dennoch gibt es ganz besondere Bilder, bei denen der Fotograf genau im richtigen Augenblick ausgelöst hat. Genau die richtige Komposition gefunden hat, genau beim richtigen Licht zur Stelle war. Solche Bilder suche ich. Es ist dieser eine magische Augenblick, dieser Bruchteil einer Sekunde, der alles beinhaltet. Und so bin ich mit meiner Kamera in vielen Regionen dieser Erde unterwegs. Immer auf der Suche nach Anregungen und Motiven und nach neuen fotografischen Herausforderungen. Begleiten Sie mich doch mal auf eine Fotoreise. See you!